Grüß Gott, mein Name ist Horst Tschaschke. Ich bin Schauspieler und wohne in Ottobrunn. Das ist ein Vorort von München. Vor langer Zeit habe ich einmal Mathematik und Chemie studiert, weil ich auch einen Zugang zu den Naturwissenschaften habe. Außerdem war ich in München als Stadtführer unterwegs, weil ich mich für die Geschichte von Bayern und von München interessiere. Es macht mir sehr viel Spaß, mich in der deutschen Sprache auszudrücken, weil sie einfach voller Vielfalt ist. Über eine Zusammenarbeit mit Ihnen würde ich mich sehr freuen. Ich denke, meine Stimme kann sich sehen lassen. Zumindest aber bleibt sie im Ohr. Dankeschön.